Das e-Invoicing-Portal ist die Nachfolge vom Business Interface und bietet nebst dem Senden und Empfangen von elektronischen Rechnungen viele digitalisierte Funktionen, die Sie als Benutzerin oder Benutzer selbst einstellen und konfigurieren können. Sofern Sie bereits eFinance nutzen, erfolgt das Login ins e-Invoicing-Portal mit den gleichen Sicherheitselementen. Alternativ können Sie selbstständig eine einmalige Online-Registrierung vornehmen. Nach erfolgreichem Login und einer einmaligen Zuordnung vom e-Rechnungsvertrag oder Neuregistrierung der Firma befinden Sie sich direkt in den Einstellungen, wo Sie Ihre Daten und Konfigurationen verwalten können. Das e-Invoicing-Portal umfasst eine Benutzeroberfläche für Rechnungssteller wie auch für Rechnungsempfänger. die oben rechts jederzeit geändert werden kann. In der Benutzerverwaltung können Administratoren neue Benutzer aufschalten und verwalten. Rechnungssteller nutzen das Portal, um einfach und unkompliziert elektronische Rechnungen zu senden. Zudem können Sie jederzeit Rechnungen suchen und filtern. Im Bereich Downloads können Verarbeitungsprotokolle wie auch An- und Abmeldefiles eingesehen und heruntergeladen werden. Und unter Empfänger finden können neue eBill- und auch neue B2B-Empfänger gesucht werden. Für Rechnungsempfänger dient das e-Invoicing-Portal insbesondere für den Empfang von elektronischen Rechnungen. Die restlichen Menüpunkte sind mehrheitlich identisch mit denjenigen der Rechnungssteller. Sobald Sie Ihre Rechnungen versendet oder heruntergeladen haben, schließen Sie das e-Invoicing-Portal mit einem Klick auf den Button Logout oben rechts. PostFinance wünscht Ihnen nun viel Freude mit dem e-Invoicing-Portal und steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.